So, jetzt die Auflösung. Was ist Gronegeln? Gronegeln ist dieses elektrisierende Gefühl, nachdem einem der Arm oder das Bein eingeschlafen ist, wenn man das dann wieder zum Leben erweckt und das ein bisschen reinfährt und überall so pritzelt und man denkt, dass da überall so eine kleine Nadel rein sticht. Ach, da ist so ein Gronegeln. Also wenn du auf dem Arm geschlafen hast? Ja, wenn du am Sofa schön weggenetzt bist und dann wachst du irgendwann auf und denkst, was ist die mit meinem Arm und dann macht langsam das Grüt wieder rein. Und das ist Gronegeln? Das ist Gronegeln. Bei mir Gronegels, genau. Markus, noch was anderes? Du musst demnächst mal wieder in die Sendung kommen, einmal ein bisschen berichten von euch hier oben. Vielleicht lassen wir uns auch mal was besonders einfallen. Muss man mal gucken, wenn der Winter mal ein bisschen am Auslaufen ist, dass wir ein bisschen Luft haben. Und dann zumindest, dass wir vielleicht mal an eine kleine Schanze gehen, mit den Schlitten oder sowas. Oh, das ist gerade ganz schlecht. Ja, haben sie nämlich immer eine kleine Schanze, haben sie nicht mit den Schlitten zerrammelt. Aber wir kennen mal mit dem Bobo-Rutscher auf Matte im Sommer. Hat man das nicht direkt schon mal gemacht? Ne, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, dann machen wir Bobo-Rutscher und wenn irgendwo auf der kleinen Matten-Schanze, dann können wir mal im Sommer mal eine rote Einheit machen. So richtig als kleiner Wettkampf? Das wäre doch mal was. Können wir machen. Wir können ja ein wenig Geschwindigkeit hinbauen. Dann messen wir, wer schneller ist. Markus, komm mal her. Also, in diesem Sommer, in diesem Sommer, ja, Vogtland-Late-Night-Show, Bobo-Rutscher auf der Schanze. Das, jetzt nehme ich dich beim Wort. Ja, also, nicht an irgendeiner Schanze, die wir finden, aber wir machen das im Sommer. Vielleicht noch an der und gucken, wer der Schnellste ist. Und gucken, wer der Schnellste ist. Das wird das Ding. Das wird das Ding im Sommer, das Highlight im Sommer. Dein Wort. Ach, das wird geil. Das wird geil. Also dann, bis bald. Tschüss. Das wird geil. Also, bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020